John Malkovich ist zum Beispiel jemand, der braucht ein Script, mit dem muss man arbeiten, dem muss man dirigieren wie ein Director ans Set. Das ist jetzt nicht so, dass der seine Posing macht. Es gibt die jungen Mädels, die Schauspielern sind das auch gewohnt zu posieren und sich selbst darzustellen. Es gibt viele Künstler oder Modelle und Schauspieler, die auch ein bisschen dieses Künstlerische mitbringen. Das finde ich immer sehr spannend, weil wenn dann zwei Künstler aufeinandertreffen und man mischt dann den Salat auf oder man mischt dann das zusammen, dann ergibt sich auch Großartiges. Aber ich muss natürlich auch Privatpersonen genauso führen, so wie heute unser Fotoshooting. Man muss Privatpersonen genauso locker bekommen. Als Fotograf, der mit Menschen arbeitet, muss man auch ein bisschen ein Psychologe sein und man muss einfach wissen, wie man die Leute nimmt, dass man das bekommt, was man gerne hätte. Wenn dir uns ein Video gefallen hat, dann schenk uns den Daumen hoch. Wenn du Fragen an uns oder unseren Interviewgast hast, dann schreib uns gleich in den Kommentar. Auch aktuell produzieren wir spannend und inspirierende Videos. Um keines zu verpassen, abonnier am besten gleich unseren Kanal.